Hallo Kellerkinder! Also ich bin Angela... Ich bin Tom. Goffi, old school. Old school, genau, ja. Das gewisse Etwa. Mainstream Gegner. Absolut. Lebenseinstellung. Individualität. Anders sein. Das gewisse Etwas von Schwerwut. Ohne depressiv gleich dadurch zu sein. Verbundenheit. Gleichheit. Das Schöne ist dabei, wenn man eine Partnerin hat, die genau so denkt, dass man sich gegenseitig zurecht macht. Nein, es gibt Unterschiede. Goffi ist ein großer Überbereich. Man hört ja vom WGT so viel. Ja. Angesagt für dieses Jahr. Angesagt für dieses Jahr. Einfach einfach dabei sein. Und dann mal gucken, wie das so ist. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was auch dazu kommt. Schwarzer Humor. Sarkastisch. Sarkastisch, ja. Das ist schön. Perfekt. Hat noch keiner gemacht. Da ich ja auch einen Sohn habe, der das manchmal nicht wirklich versteht. Dass er dann auch für sich das auch einfach noch einmal greifbar hat. Dass anders nicht gleich schlechter ist. Sondern anders einfach auch, wenn man einen bewusster macht. Mehr erläutern. Warum ist das so? Ja. Ja. Gerne. Gerne. Ein Wimmelbuch? Heutzutage ist es nicht mehr in Grabsteinen bei sich im Wohnzimmer zu haben, sondern im Vorgarten. Ja. 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 Ja.